Musik Hallo, erstmal Begrüßung, guten Morgen ihr Lieben. Ich habe einen neuen Hund gefunden, schaut mal wie schön. Heute ist der Showtag, ich bin aufgeregt und freue mich, endlich mit Hella mal gemeinsam eine Show zu reiten. Es wird so cool werden und jetzt steht nochmal die letzte Generalprobe auf den Plan. Ich gehe jetzt in den Stall, richte die Pferde her, Hella ist heute auch schon früh busy und ja, dann reiten wir jetzt und dann geht es auch schon um 13 Uhr mit unserer Show los. Also kommt mal mit zu den Pferden. Hey, Melli, so süß, Melli. Guten Morgen. Die liebe Melli hat die Pferde heute früh schon gefüttert. Jetzt konnte ich wenigstens bis 8 Uhr ausschlafen heute, weil die ja jetzt schon um 8.30 Uhr geritten werden, deshalb wurden die heute schon um 7 Uhr gefüttert, dass die einfach noch gut verdauen können und ja, jetzt hole ich die zweimal. Jetzt hole ich mal die zwei, erst den Bulli und dann noch den GW. Da, siehe sie. Da, da, da. Da, da, da. Wenn du siehst, kannst du das nicht gerade ausziehen. Liebe Melli, hilf mir jetzt schnell, weil Hella noch nicht da ist, dass sie bereiten jetzt schnell die Pferde vor, weil jeder hat hier fixe Probenzeiten und unsere Zeit ist jetzt seit heute von 9 Uhr bis 9 Uhr 30. Hella wird neidisch sein auf diesen Schwein. Ich würde ja wirklich gerne was abgeben, wenn man das könnte, aber das geht ja leider nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ist ja die gute Hella. Hella, schau mal, deine Pferde sind fast bereit. Oh, das ist super. Wirklich gut. Ich habe hier noch eine Kasse mit Geld mitgebracht. Wie viel kriege ich dafür? Leihgebühr für mein Pferde? Gute Morgen. Guten Morgen, mein Pferde. Wie geht's? Na, Juliana, wie geht's? Gut. Und dir? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's seinem Fuß? Meinen Fuß geht's gut. Und sein ist ausgekratzt. Sein Fuß ist richtig ausgekratzt. Sehr schön. Alle da, komplette Versammlung hier. Ja. Komm, was hast du zu sagen, zur Lage? Bist du zufrieden bisher? Ich bin zufrieden. War eine lange Nacht, aber... Wie fühlt man sich als Veranstalter am Showtag? Also heute gerade ist entspannt. Ich glaube, der Tag gestern war stressiger als heute. Wir sind schon ganz excited auf die Show. Es wird grandios. Let's go. So, Gangsman und ich, wir sind ready. Es kann losgehen. Ich schaue richtig komisch, weil jetzt diese Mädchen... Du warst grad sehr konzentriert. Wolli, was ist hier los? Bad Hair Day oder was? Wir sind bereit. Was ist süß, Hella? Mein Pony. Oh, Valentino, da kommt er. Oh, wie süß. Aber jetzt müssen wir uns erst mal auf unsere Probe konzentrieren. Wir sind bereit. Wie fühlst du dich so kurz vor der Show? Wir springen mit Julias Westernpferden. Oh mein Gott. Das hat auch noch nie jemand gemacht. Das war... Das war... Noch nie in der Show. Nein. Nein. Meine Pferde denken sich erst mal so, Hilfe. Wir haben jetzt hier gerade nochmal einen kleinen Sprung in die Stange. Wir reiten dich, Hilfe. Wenn er mit du reitest. Meine Pferde leicht verstört. Nein. Nein. Wolli mag dich gerne. Wolli mag mich echt gerne. Weißt du, er denkt einfach, ist auch blond. Ist auch blond. Ist gar nichts anderes. Passt gut zusammen. Ja. Und Gens, du bist auch zufrieden? Ja. Ein bisschen müde, aber es geht. Wir sind alle noch nicht so ganz ausgeschlafen. So. Jetzt wärmen wir uns mal auf und dann geht es jetzt in 10 Minuten auch schon in die Showhalle. So, wir reiten jetzt hier schon mal die Pferde warm und gehen Schritt in dieser wundervollen Halle. Die Ponys werden auch schon aufgewärmt. Jeder hat nochmal kurz eine Zeit in der Showhalle, um die Pferde vorzubereiten. Denn kurz vor der Show wird es stressig und Hella hat auch gar keine Zeit, vor der Show zu reiten, weil sie an den anderen Shows ist. Und ja, deshalb... Julia, soll ich dir mal sagen, was ich das Beste finde an deinen Pferden? Was findest du das Beste? Dass man einfach, ich will es nicht sofort sagen, machen kann und dass sie da direkt stehen. Dass sie direkt stehen. Das ist wirklich praktisch. Also die Bremse bei meinen Pferden funktioniert. Das ist mir aber auch das Wichtigste. Eine gut sitzende Bremse. Hella ist schon drinnen in der Show. Vielleicht geht es für mich rein. Im Showprogramm ist sie dann auch als erstes drinnen. Dann reitet das erstes ein. Und ich komme dann als Überraschung dazu. Das ist nachher auch unser Licht für die Show. Also diesen Pinkton, wie ihr seht es, es wirft richtige Schatten. Also für die Pferde eine Herausforderung. Deshalb proben wir jetzt auch nochmal mit unserem richtigen Licht. So, die Probe ist fertig. Es ist gut gelaufen. Die Pferde waren gut drauf. Wir hatten zum Glück jetzt nochmal ein bisschen Licht. Weil das Licht wirft echt Schatten. Es ist schon ein bisschen gruselig für die Pferde. Und ja, Hella hat mal zu. Alles gut. Also die machen es echt richtig gut. Ich müsste gerade schnell die Boxen, dass die Pferde gleich in ihre sauberen Boxen kommen. Jetzt nach unserer Probe. Und die anderen sind schon fleißig am Pferdewaschen. Und die Pferde sind schon in der Waschstraße und werden hier einmal gewaschen. Wenn wir beide weiße Beine und weiße Mäh nehmen. Hella und ich haben jetzt unsere Show einmal noch kurz alleine in der Halle abgelaufen. Und ja, jetzt mache ich noch kurz die Boxen fertig. Die Pferde werden noch fertig gewaschen. Und dann haben die Pferde noch kurz Pause. Und dann geht es auch schon los mit der Show. Ich bin ein bisschen geschwitzt, aber kein Problem. So, die Pferde sind frisch geduscht. Haben jetzt nochmal einen kleinen Snack bekommen. Stehen jetzt in ihren Boxen. Dürfen jetzt zertrocknen. Und sind dann richtig schön für die Show. Dürfen sich nochmal stärken. Und ja. Gens Willi, du auch. Auch schön. Die Beine sind auch sehr schön weiß. Es ist immer wichtig, dass sie doch nochmal schön geduscht werden und schön sauber sind. Kurz vor der Show. Julia, wie geht es dir? Mir geht es gar nicht. Ich habe so Kopfschmerzen. Ja, ich leider auch. Wir machen jetzt Atemübungen. Ich schaue nur dich an bei der Show. Ich habe sonst Angst. Wir schauen uns nur gegenseitig an. Es sind einfach so viele Leute. Wie viele Leute sind da, Hella? 2.500 Leute. Ich habe sowas noch nie gemacht. Du stehst ja eigentlich so oft vor anderen Menschen. Das stimmt. Und steigst deine Show mindestens. Du kennst das. Aber halt nicht eine Show, die wir zuvor noch nicht gemacht haben. Über Kamalettispringen. Wie gestört sind wir eigentlich? In der Show. Wie sind gestört? Wild. Wild. Wild ist das. Na ja, jetzt geht es an die Vorbereitungen. Ich finde es einfach so lustig. Weißt du, mein Zeug ist so richtig geordnet, alles und dann Hella's. Ich hatte die perfekte Schabracke, weil ich dachte natürlich, Julia hätte irgendwie einen Vierseitigkeitssatzel, aber nein, natürlich nicht. Gestern haben wir jetzt eine neonfarbene Pinke. Aber die passt gut zu meinem Pad, also ich finde es eigentlich richtig cool. Ja, das wird gut. Herrlich, das will schon so gut aus, Hella. Oh, hier zum Essen für dich. Warum hast du eine Spinne? Lass diese arme Spinne doch leben. Ich will sie doch auch leben lassen, aber sie will woanders leben. Hella hat Spinnenangst. Was tust du? Nein, Frau Hanna, aber sie ist leider ganz gut. Wenn ich getroffen habe, Anja und Selina, sie werden uns heute fleißig anfeiern. Ich bin gewachsen. Ich gebe mein krasse Arsch. Ihr seid gleich groß. Ja, okay, fast. Die Showvorbereitungen laufen. Ich habe schon alles jetzt hergerichtet. Meine Stiefel gerade noch mal richtig sauber gemacht. Schaut mal, wie schön die auch schon. Pads hergerichtet und ja, mein Outfit und gleich geht es los. Was erwartet ihr euch von der grandiosen Show? Ich hoffe, die Zuschauer machen richtig viel Action. Ich hoffe, wir sehen euch alle schön performen. Ja, auf jeden Fall. Und du machst eine richtig geile Show bzw. alle machen eine richtig geile Show. Ja, das stimmt. Das wird doch toll. Ich hoffe, der Part mit den Pferden ist ja die einzige gerittene Shownummer, Hella und meine. Wird gut werden. Risky. Risky. Aber wird gut. Ich hoffe es. Ich hoffe, wir feiern uns richtig an. Auf jeden Fall. Wenn wir das dürfen. Ja, Valentino ist einfach so ein süßes Pony. Ich halte ihn gerade. Aber frech. Aber ein bisschen frech. Ich habe gerade schon so eine Kopfnuss gekriegt von ihm. Das fand ich so nett. Einfach nett. Aber dabei bin ich so lieb zu ihm, gell? Valentino, ich habe dich sehr gelobt. Pferde sind ja schon aufgewärmt und jetzt geht es los. Die Melli hilft mir. Wir machen sie jetzt halt schön. Und ja, sauber sind sie ja schon. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ich bandagiere gerade die Pferde. Bei Gensville habe ich schon einen Sattel drauf getan. Schaut mal, wie cool das mit dem Pink einfach ausschaut. Und ja, jetzt fehlen noch bei Gensville die Bandagen. Bei Wally noch die zweite. Oh je, es ist einfach so viel los. Jetzt mache ich den Sattel einmal noch schön mit Lederöl Spray. Ihr seht, wie schön das schon glänzt. Es sieht wirklich richtig, richtig gut aus, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Wally sieht auch sehr, sehr gut aus. Schaut ihn euch mal an. Richtig, richtig schön. Wir haben jetzt hier noch einen fleißigen Helfer. Dann sehen die Pferde top aus. Und jetzt erfolgt das schöne Überraschungsglitzer. Jetzt schaut mal, wie schön das einfach aussieht. Wow. Wow. Jetzt gibt es noch kurz einen Zopf und ein bisschen Maul runter. Dann glänzen die Pferde richtig schön. Und das Näschen. Und das riecht auch ganz gut. Die Pferde mögen das tatsächlich total gerne, gell? Das riecht so schön. Und dann ist der ganze Dreck aufs Näschen weg. Gensville, du bist so schön. Die Pferde sind fertig. Meli trennt es gerade mal schnell Gensville. Ich habe Wally. Ich gebe dir jetzt kurz den Wally. Und nehme mir den Gensville. Und dann geht es los. Ich trinke jetzt noch schnell einen Schluck. Die Nervösität steigt. Wir gehen jetzt zum Abreitenflass. Machen die Pferde ein bisschen warm. Und dann kommt Teller aus ihrer Show raus. Hat schon ein bisschen den Stress. Und dann geht es los. Gleich geht es jetzt schon wieder so schlimm, da rein zu gehen. Und dann geht es los. Ja, leider macht das. Unsere Show wird zu den Gästen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal ein kleines Ratespiel. Wer könnte dieses Pferd sein? Ein kleiner Tipp, es ist nicht Gollum. Das hier ein bisschen... Oder zu viel Schwein ist dran. Oh, vielen Dank. Ich bin hier ganz hier. Guck mal. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal raus. Guck mal raus. Weil ich dachte jetzt auch, das ist doch Gollum. Wer weiß denn, wie dieses wunderschöne Pferd reißt? Weißt du das für mich? Das ist Julia. Oh, wir haben den ersten Tipp. Es gehört dem Julia. Aber wie heißt denn das Pferd von der Wege, Julia? Wer weiß das? Wer weiß das? Oh, ich sehe ganz viele Hände. Ich sehe ganz viele Hände. Bobby? Bobby, ich glaube fast. Bobby ist es nicht ganz. Wie heißt dieses wunderschöne Pferd? Bobby? Bobby? Ist es Bobby? Es ist richtig. Also begrüßt meine Freundin Julia von Julia Litterliu aus dem Spiel. Ex aus München hergereist ist. Campus Enteryöne. え? Zombie? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hört auf damit zu sprengen. Schauen wir mal. Bis zum nächsten 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 Mal. So, die Show ist gut gelaufen. Ich bin super, super glücklich. Tom, bist du auch zufrieden als Veranstalter? Ich bin sehr zufrieden. Julia hat einen mega Job gemacht. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Sehr, sehr gerne. Hat es deinen Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Es hat mich so gefreut, dass ich hier bin. Die Show war sehr gut. Ich bin super, super zufrieden. Die Pferde waren echt einfach nur toll drauf. Ich liebe meine Pferde. Die Show ist in vollem Gange. Jetzt geht es für mich gleich wieder rein zur Pferdecamp-Challenge. Ich bin gespannt, was wir machen müssen. Es wird auf jeden Fall echt spannend. Schauen wir mal, wie ich mich schlagen werde. Ob ich ein bisschen erfolgreicher bin als im Pferdecamp. Ich möchte noch eine Kandidatin begrüßen. Bitte. Okay, ganz ruhig. Bitte begrüßt, Anja, Selina und Julia. Und dann züchte ich den Ton. So, ich erzähle euch schon mal die schwierige. Das Ziel von dieser zweiten Challenge ist es, den Apfel aus dem Eimer zu bekommen. So, relativ einfach, würde ich sagen. Drei, zwei, eins, los! Was war denn da los? Wir haben eine Gewinnerin! Und das ist die Julia! Julia, also ich hatte hier auf meinem Arcade, das dauerte ungefähr zwei Minuten und nicht zwei Sekunden. Ich bin um dich herum gelaufen. Wie hast du das denn angestellt? Tja, wahres Talent, würde ich sagen, Apfel war so. Da ich im Pferdecamp nicht gar nicht so erfolgreich war und dachte, ich muss hier bei den Challenges jetzt mal ein bisschen Gas geben und habe mir eine besondere Taktik überlegt mit meinem Fuß. Wow! Also ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch zum diesjährigen Titel Apfeltaufel Junior! Langsam kehrt wieder Ruhe ein. Die Pferde reichen in den Box nochmal, um sich zu entspannen. Und jetzt gibt es nochmal was Leckeres für die Wiese. Das ist so toll! Jeder einen halben Apfel und eine Banane. Und dann geht es für die Pferde auch schon wieder auf die Heimreise. Wir sind dann mit Spedition nach Hause. Und ja, ich bleibe noch die Nacht, denn heute steht noch die zweite Show auf dem Plan. Und dann fliege ich morgens früh heim. Und mit der Hella möchte ich heute auch ein bisschen feiern. Heute steht die Party auf dem Plan. Und deshalb bleibe ich noch die Nacht und fliege dann morgen nach Hause. Wir wollen die Augen mit meinem Leckerchen. So toll hat ihr es gemacht. Danke, dass du Hella so gut getragen hast. Und auch der Sprung hat gut geklappt. Das hat mich auch sehr, sehr glücklich gestimmt. Tja, jetzt geht es dann auch schon gleich wieder nach Hause. Und es steht noch ein weiter Weg bevor. Weil jetzt dürfen sich die Pferde erstmal ausruhen. Jetzt ist es soweit und die Pferde werden verladen. Und es geht wieder nach Hause in die schöne Heimat. Ihr wart so toll. Ich bin ihnen so dankbar. Sie sind echt immer alles für mich, gell? Und seid ihr wirklich kaputt, wenn ihr heute daheim ankommt. So ein Anstrefftag. Nee, sie waren echt toll. Und haben jetzt noch Zeit, sich auszuruhen. Und ja, jetzt geht es nach Hause. Schaut mal die schönen Zöpfchen, die Wolli noch bekommen hat. Wolli reist wirklich richtig schön wieder in die Heimat. Schaut mal diesen kleinen schönen Glücksanhänger für Wolli. Mein Wolli-Anhänger. So toll. Ja, jetzt geht es auf den Transporter. Schnell, komm. Komm, komm, komm. Super, Wolli. Komm, Wolli. Jetzt zuhören. Das coole an dem Transport ist eben, dass sie hier frei stehen. Also echt eine mega Sache. So, jetzt geht es, Wolli. Wolli, warte. Wolli, warte. Wolli. Wolli.